Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. Jens Keller sah schon als Schalke Trainer das Potenzial, Leroy Sané spielt eine herausragende Hinrunde bei den Bayern und Leon Goretzka ist ja ohnehin gesetzt. Die letzte Nachricht, die Leroy Sané über das soziale Netzwerk gesendete, war eine Bilanz des letzten Auftritts seines FC Bayern. Gutes letztes Spiel des Jahres, schritt der 25-Jährige auf Twitter und damit war nach dem 4-0 gegen Wolfsburg mit einem Sané-Tor ja auch schon alles gesagt. Gesprochen wurde in folgenden Tagen noch viel über Leroy Sané, darüber, dass der Ex-Schalke eine grandiose Hinrunde gespielt hat. Sky-Expert Lothar Matthäus Köder Sané gab zum Spiel der Hinrunde und ein alter Bekannter aus Zeiten des FC Schalke 04 sah sich bestätigt. Die talentätesten Spieler, mit denen er je gearbeitet hat, Leon Goretzka und Leroy Sané. Denn es war Jens Keller, der in einem Sportbildinterview jüngst auch über seine Zeit auf Schalke gesprochen hatte. Er war ja bei uns zwischen 2012 und 2014 Cheftrainer gewesen. In dieser Phase kam Goretzka ja vom VfL Bochum nach Schalke und auch Sané gab unter Keller sein Debüt in der Bundesliga. Sie sind schon damals hervorgestochen. Ich finde schön, welchen Weg sie gegangen sind, sagte der 51-Jährige Keller. Unter Keller waren ja auch die jungen Max Meier, Seat Kulazinac und auch im weiten Teil Kahn Aja, ein Stammspieler auf Schalke. Sané kam als Spieler aus dem jüngeren A-Jugendjahrgang hinzu und debütierte dann auch im April 2014. Ohnehin hatte Keller als Jugendtrainer auf Schalke ja auch begonnen, ehe er dann im Dezember 2012 nach der Urlaubung von dem Stevens die erste Mannschaft übernahm. Keller, Schalke war etwas Besonderes. Wir sind zusammen in den Champions League eingezogen. Vor allem darf man nicht vergessen, dass unsere Mittel damals begrenzt waren, wie auch viele junge Spieler gesetzt haben. Nun sind Goretzka und Sané Leistungsräger beim FC Bayern München. Goretzka ja schon etwas länger. Zuletzt fehlte er aber wegen Anhaltsprobleme an der Patellasehne. Aber die eigentliche Überraschung ist Leroy Sané, der nach einem mäßigen ersten Bayernjahr unter dem neuen Trainer Jürgen Nagelsmann eine starke Leistung nach der Hinrunde gezeigt hat. Und das natürlich auch, wie ich schon Jens Keller vorpagnostiziert hatte. Wenn man auf die Zeitbehandelskeller zurückblickt, finde ich, auf Schalke ist etwas schade, dass man sich so früh getrennt hat. Ich fand vor allem fußballerisch war es eine gute Zeit, aber wie er auch sagt, rein finanziell viele junge Spieler reingeschmissen. Wenn man sich nochmal den Kader dieser zwei, drei Jahre anguckt, unterstreicht das. Das hat man auch nochmal. Deswegen schade, dass man damals, oder dass Horst Heldt keine Geduld mit ihm gehabt hat. Aber natürlich auch trotzdem stark, welche jungen Spieler da so hervorgekommen sind. Eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.